Erfolgreiche Gastronomiekonzepte in der Hotellerie bestechen durch abwechslungsreiche Küche sehr gute Speisenqualität, einen schnellen Service und effizienten Ablauf. Das Ziel sind rundum zufriedene Gäste, die gerne wiederkommen. Dem Gast geht es um Genuss. Ihnen um eine einfache und effiziente Speisenproduktion auf höchstem Niveau. Doch wie soll das gehen? Mit wenig Personal, geringem Platzangebot und hohem Kostendruck. Die Lösung ist das neue Self-Cooking-Center. Auf weniger als einem Quadratmeter Fläche können Sie damit grillen, braten, backen, dämpfen, dünsten, blanchieren oder pochieren. Unabhängig davon, ob Sie 30 oder mehrere tausend Essen zubereiten möchten. Ob beim Mise-en-Place für die Veranstaltung oder im à la carte. Auf Tastendruck und ohne jeglichen Kontrollaufwand gelingen die Speisen immer wieder in der gleichen Spitzenqualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Egal, wer das Gerät bedient. Zusätzlich macht das Self-Cooking-Center einen 24-Stunden-Zimmerservice ohne zusätzliches Personal möglich. Sie nutzen einfach die Vorteile des Finishing. Veranstaltungen meistern Sie nun spielend. Egal, ob Sie 20 oder mehrere tausend Gäste gleichzeitig bewirten. Egal, ob Tellerservice oder Buffet. Die Speisen kommen immer in bester Qualität zu geringen Kosten auf den Tisch. Überraschen Sie Ihre Gäste mit anregender Vielfalt schon beim Frühstücksbuffet. Ofenfrische Brötchen und Croissants, knusprig gebräunter Speck, knackige Würstchen und Rührei wie frisch aus der Pfanne. Das Self-Cooking-Center ersetzt fast alle konventionellen Gargeräte, wie Heißluftöfen, Kipper, Kessel, Fritteusen, Dämpfer, Grill, Töpfe oder Pfannen. Das spart Platz und Investitionskosten. Und weil Sie auch bei Rohwareneinsatz, Arbeitszeit, Energie und Wasserverbrauch wesentlich sparen, wird selbst der Blick in die Bilanzen zum Genuss. Und selbstverständlich übernimmt es am Ende des Tages auch die Reinigung ganz komfortabel selbst. Neugierig? Lassen Sie uns reden!